So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Borderlands The Pre-Secret. Ich hatte einfach Bock drauf und ja, wir spielen jetzt als Claptopier. Ich habe das ja schon mal in einem anderen Video angekündigt, dass ich heute oder morgen dieses Video hier mache und mir auch richtig viel Mühe geben werde und ja. Okay. Ja, aber wir wollen wirklich Claptop spielen. Also ich fange jetzt ganz von vorne an. Kann man das überspringen? Nee. Ich habe schon mal als Claptopier mit dem gespielt, das Spiel, aber ich habe wenige Stunden und ich kenne mich nicht so aus hier. Also, mal gucken, ob ich viele Videos hiervon bringen werde oder ob ich, okay. Mal gucken, okay. Übrigens, was ich noch erwähnen wollte, hier unten seht ihr so einen Subscribe-Button. Ich will nicht sagen, dass er neu ist, aber ich habe ihn letztes erst gemacht. Er ist schon jetzt etwas länger, aber ich wollte euch einfach darauf hinweisen. Ja. Okay. Mittlerweile haben wir sogar 20 Abonnenten. Danke dafür. Also ich bin echt das sehr dankbar für. Oh, das war vorne so ein Typen. Äh, sind das friedlich hier, oder? Also, was habe ich denn eigentlich für ganz... Ich verstehe gerade nichts. Skills, okay. Ich habe sogar eine blaue Gun. Nice. Was sagt das denn keiner? Sieben Minuten, ein paar Verabteilungen. Ey, das ist richtig gut. Was sagt das denn keiner? Oha. Äh, alles klar. Hier wackelt gerade einfach alles. Äh, das sind friedlich anscheinend. Was geht hier ab, Alter? Okay, hier sind noch welche. Okay, das nervt Habi mit diesen ganzen Meldungen. Da ist friedlich. Was ist das? Wo schießt denn noch einer? Hinten. Danke. Da ist noch einer. Okay. Ey, die Pistole ist ja so... Ich glaube, wenn man Borderlands 2 hat, kriegt man die automatisch am Anfang. Kann sein, ich weiß nicht. Ey, das hab ich... Gut, ich danke dafür. Ja, Munition, Munition, Munition. Danke. Ja, okay. Kann ich denn jetzt... Was muss ich jetzt machen? Ah, okay, ich kann hier durch. Keine Ahnung, wer diese Scheiß-Soldaten sind oder was sie auf dieser Raumstation wollen, aber sie sitzen mir im Genick. Ja, okay. Da kommen richtig viele, oh Gott. Ah, oh Gott, Alter. Alles klar. Die verprügeln den jetzt. Eure Helios-Arm-Station gehört jetzt der Lost Legion. Ergibt euch, bevor es zu spät... Welches Level bin ich eigentlich? Ich habe immer noch eins, okay. Ich verbrauche richtig viel Munition. Das ist also schlechter. Okay. Ehe. 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 Oh Gott, die haben Feuerwaffen. Der hier hat eine Feuerwaffe. Okay. Komm schon. Sehr schön. Ich brauche eigentlich mal ein Medi-Pack. Bitte. Ja, da ist eins. Nice. Ich treffe dir schlecht. Ich brauche mal ein paar Mini-Picks oder irgendwas. Dankeschön. Ja, ich will auch. Dann blute ich hier einfach noch ein bisschen weiter. Ja. Oh ja, geil. Krass. Nein, den nehme ich mir auch mal mit. Kein Auftraggeber. Oh sorry, klinge ich unterschwellig aggressiv? Mein Fehler muss ein Symptom meines nahen Todes sein. Aber klar, bestimmt hast du wichtiges zu tun. Jo, da war okay. Ich bin einfach hier hin und sehe zu, dass meine inneren Organe nicht reißen. Oh, ich könnte das ewig machen. Perfekt. Und da sind wir schon Level 2. Was ist das denn? Welches ist aktiviert? Nice. Hat viel gebracht. Geil ein Schild. Perfekt. 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 Dankeschön. Alles klar. Wir müssen dieses Areal einnehmen. Wie ist das? Sie wird verärgert? Ich, äh, man muss die Erführerin von diesen Habnaufen, glaube ich. Keine Ahnung. Wer ihr als erst an Kopfschluss verpasst, kriegt halbfeil von den Häuschen. Danke. Ich habe Granaten, habe ich einen Granaten-Mod? Nee, kann ich nicht benutzen? Nee, kann ich nicht. Schade. Muss jetzt hier lang gucken. Okay. Okay, was geht hier ab? Okay. Ist das jetzt ein Boss, oder? Okay. Der sieht geil aus. Bei Fragezeichen. Ich renne doch jetzt hier nicht weg, hallo? Was soll das jetzt werden? Na toll, sie hat die Schiffe zerstört. Sollte die anders von der Station runterkommen. Was war denn das für ein Wesel? Ich habe keinen Dürmst, aber ich habe so das Gefühl, es könnte auf uns eigentlich... Lass weiter. Jack, verdammt, was ist los? Ich bekomme Alarmmeldungen von überall auf der Helios Station. Echt so? Echt so? Nicht so. Alles gut. Das war eine unserer Clap-Trap-Einheiten. Das muss einem Zugriff ausgehen. So. Ja. 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 Ich würde sagen, hier wird es jetzt spannend. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Wir machen hier jetzt einfach etwas Stopp. Und ich weiß nicht, ob morgen das nochmal hier kommen wird. Aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder in einem Video. Hier könnt ihr jetzt noch abonnieren oder kommt noch zu einem anderen Video. Und ja. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. 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 Tschüss.